Bei drei Sätzen, wie war der Einstand für dich bei den Löwen? Ja, ich habe mich sehr gefreut. Gute Stimmung gewesen und natürlich auch ein gutes Spiel, gutes Ergebnis. Ich war zufrieden, ja. Macht das Mut jetzt für den Saisonstart und wie sehr siehst du dich schon integriert? Ich fühle mich eigentlich sehr integriert. Die Jungs haben mich echt gut aufgenommen vom ersten Tag an. Und ich denke, es war ein sehr guter Test. Wir hätten sogar noch sein oder andere Tore mehr machen können. Aber ich denke, wir sind gut gegobnet für den Saisonstart.